Starte eine Kopfgeldjagd bei verschiedenen Duelliering-Orten mit einer Kopfgeldtafel. Also, ihr müsst da landen, wo die Duellieringe sind und eine Kopfgeldtafel. Ich zeige euch in diesem Video drei Orte, wo ihr Kopfgeldtafeln und Duelliering-Orte findet. Landet einfach bei den Orten, beginnt eine Kopfgeldjagd. Sobald ihr zwei Kopfgeldjagden abgeschlossen habt, habt ihr die Aufgabe erledigt. Untertitelung des ZDF, 2020